Euch hat doch nicht etwa der Ben geschickt, um uns zu helfen? Ein grauer Wächter? Hier? Dank dem Erbauer für so viel Glück! Aber wenn euch niemand geschickt hat, weshalb seid ihr dann hier, sofern ihr mir die Frage gestattet? Die Statue da draußen? Warum sollte... Oh, ich glaube, ich verstehe. Ihr habt den Kontrollstab gekauft, nicht wahr? Ihr seid wegen Shale hier. Der vermaledeite Golem hat uns nichts als Ärger gebracht. Meine Mutter hat den Stab zum Glück schon vor Jahren gekauft, nachdem das Ding meinem Vater getötet hatte. Mein Vater hieß Willem, Magier der Arls von Radcliffe und ein Held im Krieg gegen Olay. Und was hatte er davon? Eines Tages hat ihn meine Mutter vor dem Turm gefunden, mit so vielen gebrochenen Knochen, dass sie ihn kaum wiedererkannt hat. Und Shale war über ihn gebeugt, in derselben Haltung wie jetzt. Mein Vater hatte Besseres verdient. Aber wenn ihr Shale wirklich erwecken wollt... Nun, der Stab gehört jetzt euch. Meine Mutter hat vielleicht beim Verkauf des Stabes einen falschen Befehl genannt. Sie sagte, sie wolle, dass Shale nie wieder aktiviert wird. Also, ich werde euch den Befehl verraten. Aber zuerst brauche ich eure Hilfe. Ich weiß, ihr habt mir bereits das Leben gerettet. Aber meine Tochter ist im Labor. Sie hatte Angst und ist zu weit hineingelaufen, bevor ich sie aufhalten konnte. Ich weiß nicht, wie sie die Verteidigungsmechanismen meines Vaters überwinden konnte. Einer der Männer hat versucht, ihr zu folgen. Er hat es nicht geschafft. Aber ihr könntet sie doch sicher finden, nicht wahr? Wirklich? Dem Erbauer sei Dank! Das Labor meines Vaters liegt direkt hinter dem nächsten Abschnitt, glaube ich. Dort muss sie sein! Schon gut, schon gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 zu lange. Zu lange! Esaam... Waut her leben! Für mich war wichtig! Na, ha! Ho! Ha! Go ACquick! Oh! Ich will doch keine Zahlen zeigen! Jetzt ist es wieder passiert! Das ist jetzt nicht ich! Aber selbstverständlich. Ich kümmere mich darum. Ich bin mal reinges Schon gut. Schon gut. Was heißt das, du bist noch nie auf einen Baum geklettert? Katzen sind doch gerne oben im Geäst Oh, schau, da ist jemand zum Spielen Ihr seid doch hier, um zu spielen, oder? Wir machen gerade ein Ratespiel Zu mehreren ist es viel lustiger Kitty und ich natürlich Oder seht ihr hier noch jemanden? Wie auch immer, ihr solltet gehen, wenn ihr nicht spielen wollt Kitty findet euch verwirren Ich kann nicht mitkommen Kitty sagt, sie kann hier nicht weg Und ich werde sie nicht verlassen Sie wäre ganz allein Du bist so freundlich, Amalia Ich würde dich sehr vermissen, wenn du gehen würdest Natürlich, Dummkopf Sprechen ist ganz einfach Sobald man weiß, wie es geht Nichts, was ihr sagt, wird Amalia davon überzeugen, mit euch zu gehen Sie liebt nur mich Ich bin ihre Freundin Und ihr seid nur eine Fremde Wir sind anscheinend in einer Sackgasse gelandet Daher möchte ich eine Art Kompromiss vorschlagen Befreit mich, Sterblicher Und überlasst mir das Mädchen Lasst uns zu ihrem Vater zurückkehren und diesen Ort für immer verlassen Was für eine rüde Formulierung Ich will Amalia nichts tun Nur eure Welt durch ihre Augen sehen Ist das so falsch? Aber Kitty will es so Dann lehnt ihr meinen Vorschlag also ab? Nein! Kitty! Ihr werdet mir das Kind nicht wegnehmen Sie ist nun mein Für immer! Geschenk Vid Moral Das war's für heute. 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 Trotzdem danke, dass ihr sie gefunden habt. Ich danke euch dafür. Der Befehl für Shales Aktivierung lautet... Die Eulen Han, falls ihr das verdammte Ding immer noch wollt. Ich an eurer Stelle würde davon Abstand nehmen. Dann werde ich jetzt wohl gehen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.